grüßt euch jungs und mädels morgen geht es wieder los war ich noch mal mit bächle gibt also ich grüße euch jungs ich bin heute wieder unterwegs und ich muss auch leider noch was unschönes zeigen gibt nämlich auch leider leute guckt euch das an riesen löcher das ist so ein fall sehr sehr ist echt ein riesenloch bis dahinter geht das tja das war glaube ich letzte woche weiß er noch gesehen habe auch noch sagen macht da wieder schön zu eure löcherle dann ist mir schon aufgefallen dass das ganz schön groß ist ja ja na klar so nun sind sie ab jetzt wird es halt so liegen gelassen naja nicht in ordnung so 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 So, ich habe jetzt noch ein paar Minuten. So. Aber wir sind ja nicht so. Mein Schwacherlein macht das Loch da drüben zu. So ist überall der Eisenmann. So. 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 Auf zur Renne. So. 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 Wie du es noch? Habt du es noch gemacht? Huch? Ja. Sauber. Hey, ja, wassau. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, grüß euch Jungs. Wir sind jetzt fertig. Wir haben es heute mal aufgeschrieben, wie viele Flitterchen wir haben. Wir sind bei 156 Flittern. Das ist echt ein top Ergebnis. Ich will die Pfanne noch mal hier rüber. Sieht das auch ein bisschen besser oder hier im Licht? Ja. Hier, schaut. Ist top. Kannst du mal ein bisschen aufrütteln noch. Sieht das mal ein bisschen besser noch. Super. Sauber. Sau geil. Sauber. Okay. Vielen Dank.